Hallo Skins Leute, Reviews wie am Start und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin im Spiel, ich warte auf die andere Seite, ich bin alleine. So, ich bin drin. Und Daniel ist am langsam zu, Leute. Daniel, Lukas auch, ist geistig da. Ich bin geistig da, aber körperlich natürlich nicht. Ich bin in der Schule, da bin ich körperlich da, aber geistig nicht. So. So. Einfach super Woche, Alter. Super Woche. Ja, wir haben vorhin, wir wollten Black Ops spielen, ja. Wir haben Black Ops runtergeladen, also eher. So, erst mal richtig gefreut, ja. Er hat so, ja, wir können Black Ops spielen, schon lange nicht mehr gemacht, ne. Voll Bock drauf, dann fangen wir an. Zwei Runden. Ich habe echt keinen Bock mehr. Das Spiel ist einfach unspielbar. So, man kann spielen, aber nicht so unbedingt. Man kann einfach gar nicht zielen, ne. Ach, gut. Also, das ist schon ein MV3 irgendwie besser aufge... MV3! 3! Äh, das ist besser aufgegangen. Ach, da war ein Dürgens, der hat besser getriggert. Lol, wie? Ich sollte vielleicht mal den Ton wieder anmachen. Das ist was. So, guck. Ja, ist klar. Super. Ja, 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 ja. Boah, ich glaube es zisst. Nee. Boah, ich habe da einen gesehen. Wow. Also, die einfach nur Leichen oben liegen an einem Ort. Und vor allem dieselben, ne. Und theoretisch kann das nur Daniel gewesen sein, weil nur der wird so laufen. Nein. Das ist auch... Nee, das ist doch züssig. Ey, ey. Weißt du, ich renn rum, auf einmal steht das so ein Daniel in der Ecke, weißt du? Ja, so richtig Camper und... Aber so richtig, halt. Und ich renn die ganze Zeit dir hinterher, ne. Weil ich dachte, du wärst Daniel, aber dann warst du doch nicht Daniel, ja. Und dann, ne. Boah, vorneher. Und dann war er da, der hat den dann gekillt. Mit der B90, Alter. Reflex. Auf Distanz. Weggebasht. Und so. Boah, ich hör's schon. Boah, ich hör's schon. Boah, ich hör's schon. Boah, ich hör's schon. Nigga Snipes HD, Alter. Eine Frage. Nigga Snipes weed, Bro. Wie legt ihr euch andauert hin? Nur manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Nur wenn du Bock drauf hast. Jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe, quasi hast du dich hingelegt. Ja, das ist jetzt ne Ausnahme gewesen. Ja, Ausnahme gewesen. Jetzt schon wieder. Ja, das war ne Ausnahme. Das mein ich ja. Ich versuch zu schießen. Da hab ich gestanden. Ja, da hab ich gestanden. Ja, weil ich hab vorgeaimt. Mhm. Weißer Bescheid. Oh. Oh. Goddamn. Dam. 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 Opa. Dam style. Äh. Campin Daniel. Gandalf style. Alter, was machst du da? Ja, leider nicht so viel. Okay. Alter. Äh. Camping. Doch nicht. In Hall. Alter, was soll der Scheiß? Schrei nicht so. Ich hab das mal ganz schnell gekauft. Fuck. Ey, weißt du. Ich mach mit dem Modell keinen One-Shot. Ja, aber eh mit dem Spaß. Ja. Ey. Ja, das ist halt so. Das musste sein. Geht doch. Daniel style. Yeah. Scheiße. Opa, Daniel style. Ey, das ist doch nicht das. Dein Ernst. Oh, fuck. Alter, wie schnell läuft ein U dir, Mann. Oh, fuck. Ich bin Daniel. Diese fette Tonne, alter. Alter, wie schnell läuft ein U dir, Mann. Was ist bei dir bloß? Oh, fuck. Ich bin Daniel. Diese fette Tonne, alter. Alter, wie schnell ist dieser Typ? Der kann das. Du, 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 du. Du, 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 du. Du kannst ja nicht mehr als einen haben. Das bringt ja nichts. Ja, früher könnte, ähm, konnte man das machen. Ja. Boah, Junge, das war Snipe XX, Junge. Früher war alles besser, Alter. Alter, warum war das kein Kill, ey? Warum war das kein Kill? Warum war das kein Kill, ey? Nee, war das grad gar nicht. Mit der XM24, in die Fresse, ey. Das ist 25, nicht 24. Junge, ich hab 24 gesagt, Alter, was war's? Ich hab, ich hab 25 gesagt, ne? JOL, das war ein direkter Treffer, Alter. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Super. Warum? Er muss essen. Nein, der Typ hat den Schöffel hin. Ich hab' den Schiffen. Ich hab' den Schiffen. Boah, dumme, das war so, äh, das war so kurz, ähm, davor. Alter. Ja, das ist die Logik, Alter. Boah, super. Weißt du, anstatt... Also, Javelin... Ich hab' den 6 und... Alter. Was der Willen, ne? Ich hab' den Kalim... Javelin ist es... Ach, ne, ich hab' den Kalim... Ach, ne, ich hab' den Kalim... Ach, ne, ich hab' den Kalim... Ey, was? Alter! Alter! Ey, hätte ich dich vorher nicht gekillt, ne? Dann würdest du gewinnen? Ja. Haha, lol, what the fuck. Ich bin wieder Javelin. WTF. Ey, das war so geil. Oh, was... Ey, das war schon... Warte was. War schon zu sagen, ne? Ey, komm mal zurück. War schon so eins zu sagen, ne? Ich wusste ihn noch messern. Warte, Mann. Ich hab' zuerst gemessert. Bist du behindert? Ich komm' hier grade voll verarscht von euch. Ich hab' auch zuerst gemessert. Das ist das geilste, weißt du... Ich bin, äh... Domme, wir... Weißt du... Also, Punkte. 16, äh... Richtig. Fettel. Dann... Dane, so richtig fett. Punkt 2. Punkt 2. Nein, du schaffst das schon. Ach, das war Dane, okay. Let's rage around. Let's pray. Let's camp. Together. Oh, Dane, so ein Spasti, ne? Was macht der da? Oh, wow, super. Super gemacht, Daniel. Du bist brutal, Digga. Ey, lass dich nicht töten davon, ja? Wer? Bitte. Du bist brutal. Ich hab schon... Nein, bitte nicht. Ist der right straight in the face geflogen, ey. Was? Ja, right straight in the face. Also Luca... Sind beide 7%? Ja, wir haben beide Jevelin. Ich bin 20. Nein, nein! Brashi, Brashi, Escaptakig! Waaa! Haha, way! Ich wusste, dass er da war. Ich dachte, er wär schon weggelaufen. Also, natürlich. WTF? Alter, wie le... Das war, das war schnurig. Ach, du verfickter Arsch! Warum musst du mich jetzt ausgerechnet messern? Alles kann. Ich arbeite mich hier gerade hoch, weil ich auch mal endlich irgendwann Jevelin habe. Ich renne gleich mit ab, ich lächle in Jevelin rein. Lächeln, jo? Mit TF, alter. Lächeln, ja. Komm, er hat mich gesehen, aber dann... Dann doch. Hör mal, ey! So, das war, was freut er sich, ja. Ja, das war schon eigentlich... Ja, das war schon eigentlich... Ja, das war schon eigentlich... Ich... Ja, das war schon, da hab ich mich gesehen, ne? Aber dann hab ich da gestorben, ne? War schon eigentlich nicht so... War schon ganz gut, ne? Also... Wah! Ich hab grad voll den Trick drauf gefunden, wenn das funktioniert, ne? Warum kämpfst du überhaupt, Alda? Guck mal, wir haben einen Jevelin, Alda. Ja, und ich hab vor den Dingern Angst. Die muss ja nicht mitkommen, zum Beispiel, ne? Irgendwie... Daniel versteht sie nicht. Wir sind so... So unrechtbar. Boa, Junge, ich hab's geschafft. So haarig. So flauschig. Wie so ein Sacknis, Alda. Äh... Egal. No idea, was das bedeutet. Ey, das... Das war Spaß, One-Shot. Super. Oh! Wirst du gleich... One-Shot, alter... Messerhaken. Messer ist immer One-Shot, wenn man trifft. Ich weiß, aber trotzdem... Alter! Das ist ein Spasti, ne? Stich in die Ecke, weißt du. Höh, Modell! Alter, war das schlecht von mir. Was? Nein! Oh, voll die mich jetzt hier alle verarrt. Ohne Witz. Entweder ihn oder gar nicht, Alter. Ehhh, Unicorn. Ah, ja. Ah, ja! Was ist denn... Ja, bist brutal, und... Oh, oh. Super gemacht. Weißt du, warum komme ich eigentlich immer mit so Spastis im Thema? Weißt du, der eine ist Brain AFK, der andere ist komplett AFK, bei dem anderen Legs. Ja, nein, das mit dem Leggen, das haben wir wirklich nur die meisten. Nur die meisten, ja. Wollt ihr mich jetzt hier komplett farsch, nur weil meine Scheiß-Tastatum mich nicht nachladen lassen hat. Nicht das Datur hat sie nicht daran, ja. Jetzt ist ich das Daturschuld, ja. Natürlich, weil ich Springen gedrückt habe. Ich habe vergessen, die Tastatur nachzuladen. Die Tastatur war leer. Wow. Ich werde nur sagen, es gibt kein Zeitlimit. Super. Und solange ich hier mit dem Scheiß-Modell rumhänge und euch nicht störe... Dieser Jump... Immer noch. Nein, schon wieder. Das ist gar nicht dein Ernst. Ach du Scheiß, ich habe mich vor selbst gekillt. Wie der dem kein Damage dealt. Ups. Alter, wie viel Damage steckt der ein? Zwei Hits. Warum? Ich sag, gefällt dich zu Messern. Das war echt doof. Kann ich ja nicht das Produkt holen? Ja, so ungefähr. Ganzer Versuchung. Kannst du irgendwie so reinspringen oder so? Kannst du nur reinspringen, alter. Mit einem Schuss. Alter, das hatte ich noch nie. Mit einem Schuss, alter. Im XN25 habe ich den gekillt. Hau drauf, Mann! Ich weiß nicht, wie du überhaupt so spielen kannst, Alter. Wie? Also, Lukas, meinst du? Der ich? Ja, so alleine, alter. Ganz im Ernst, mich würde das richtig aufregen. Mit so Leuten rumhängen, weißt du? Alter! Ich hab' mal vor mir, ey. Ein Felter vom Himmel, ey, das kann nicht sein. Es ist, weiß noch, erst weil ein Auto all diesen Anforderungen spricht, dann ist es. Super, super geil. Oh, bei der Schrocken, ey. So war's mal richtig, ne? Also, ein bisschen. Nicht nur nicht so richtig, zu wissen. Bisschen richtig. Ja, ja. Also, von. Oh, von Schuss. Junge, ich war tot. Wer war das? Oh, ich Banane, Alter. Ja, wer war das? Was fragst du? Ja, weiß ich nicht. Das war das Donner, der aus Versehen hier eingelatscht ist. Hör mal. Weiß ich nicht. Ich mach mal. Daniel Goetz auf Level 13 rum, ja. Was? Das Donner, du bist und... Weiß ich. Nee, wie? Sag mir, wie? Junge, das wird ja ewig dauern. Sag an! Oh, nein! Ich hab' schon eine gehittet. Lass' mal die Scheiß-Folge endlich... Nein! 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 Ich krieg das... Ich krieg das da hin. Nein! Ja! Siehste! Halleluja, endlich. Ich hab' doch gesagt, ich krieg das hin. So, Leute, das haben sie heute. Wow, wie die genau ihn getroffen hat. Bis zum nächsten Mal. Sie hat nahezu meinen Kopf getroffen. Ja. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Peace.